Fotografie bedeutet für mich, einen schönen Moment in der Zeit festzuhalten und ihn in seiner einzigartigen und natürlichen Weise darzustellen. Die Möglichkeit zu haben, später noch einmal in diese Erinnerungen einzutauchen und den Moment wiederzuerleben, ist unbezahlbar. Mein Name ist Janina Fischer, ich bin Fotografin aus Bayern, für dich und deine Wünsche. Meine Fotografie teilt sich in zwei Bereiche, das ist die Personen- und Gewerbefotografie auf der Seite janina-fischer.com und in die Landschaftsfotografie, die ich auf der landschaftsfotografin.de Seite habe und biete auch Workshops an sowie Bilder für Privathaushalte, aber auch Krankenhäuser, Sparkassen und andere Gewerbetreibende, die einfach ein Bild brauchen für ihr Marketing. Wenn ich mir überlege, was an einem Bild es einzigartig und wunderschön macht, dann ist es die Verbindung. Die Verbindung zu den Menschen in dem Moment, wo ich sie fotografiere, aber auch zu dem Ort oder zur Natur in der Landschaftsfotografie. Ich liebe es, die Kunden kennenzulernen und mich auf sie und ihre Wünsche einzulassen. Viele Kunden werden das erste Mal fotografiert und sind zunächst ein bisschen kamerascheu, aber meistens legt sich das sofort. Ich möchte, dass sich meine Kunden in den Bildern wiedererkennen und meine Fotografie sehr authentisch und ehrlich widerspiegelt. Fotografie hat mir beigebracht, mich hinzusetzen, tief einzuatmen und den Moment zu genießen. Fotografie hat mir beigebracht, mich hinzusetzen, tief einzuatmen und den Moment zu genießen. Fotografie hat mir beigebracht, mich in die Welt, von mir leidt einzuatmen und den Moment zu genießen. Das ist ein Bild, wie ich in der Welt verbreitet und der Welt, wunderschön machen. Fotografie hat mir beige beigebracht, mich in der Welt nicht nur das Gleiche mit der Welt. Ich möchte, dass mich in der Welt zu lighten und der Welt verbreitet. Fotografie hat mir beige, weil sie immer schneller rüber. Starten, wenn ihr achtet wurde an. F-Modografie hat mir beige clams vor. Mein Name ist Janina Fischer und welches Shooting machst du mit mir?